Uttana Baddha-Kunasana ist der sich nach vorne beugende Schmetterling. Kuna heißt Ecke, Baddha heißt gebunden, Baddha-Kunasana wird auch genannt als Baddhasana oder als Badrasana-Schmetterling. Uttana bedeutet hier intensiv gedehnt. Wenn du dich aus Baddha-Kunasana nach vorne beugst, dann bist du in Uttana Baddha-Kunasana. Gerade wenn du in Baddha-Kunasana die Knie fast unten hast, dann kannst du dich nach vorne beugen und so noch mehr tun für die Flexibilität der Hüften. Uttana Baddha-Kunasana dehnt auch die Wirbelsäule sehr schön, ist eine gute Massage für die Bauchorgane und verbindet dann auch die Abduktionsflexibilität, die Baddha-Kunasana trainiert mit einer gewissen Rotationsflexibilität aus den Hüftgelenken heraus.